Ja, servus Freunde, Compadres und willkommen zurück bei Resident Evil Operation Recon City. Ja, gut. Es geht weiter feuchtfröhlich. Nämlich muss ich eben kurz ein wenig den Sound bei mir selber am PC runterdrehen. Ja, wir haben jetzt diese Gegner schon hier besiegt. Und jo, genug Muni haben wir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Pumpgun nehmen soll oder eventuell doch eine MP. Aber ich gehe erstmal mit einer MP durch, weil damit kann ich am besten umgehen. Und schaut mal. Denkt ans Training. Sitzt Nahkampftechnik in ein, wenn Sie zu nah kommen. So, war jetzt ein bisschen zu leise. Gut, okay. Guck mal. Ha, ist geil, ne? Gut, okay. Jetzt haben wir schon mal hier ein wenig. Ich bin mir sicher, dass da gleich noch Gegner kommen. Na, das war vielleicht eventuell nicht besonders schlau. Ja, das ist jetzt eher nicht gebracht, das mit der... Mit dem Krauter. Aber gut, sei rum. Warte, gehen. Ich hab ihn hier ab, ne? Gut, okay. Und jetzt? Wir Vögel nah da unten hin. Gut, okay. Ah, okay, cool. Find ich gut. Sag bloß so. Das stimmt für dich. Wir nutzen den befugten Zugang. Wir könnten Besuch haben. Ah. Cool, das ist ja geil. Wiederhole. Ein Sicherheitsverstoß liegt vor. Vermeide die Kontakte mit unbefugten Personen. Okay, ja. Ähm. Das Geilste wäre, wenn es jetzt Zombies wären. Das wäre am geilsten, aber. Was? Was? Mein kostbarer G-Virus. Niemand kann dich mehr wegnehmen. Was sagt das? Wiederhole. Ein Sicherheitsverstoß liegt vor. Vermeiden Sie Kontakt mit unbefugten Personen. Ja, ha, du Olle. Okay, bei MW3 würde das jetzt gehen. Wiederhole. Ein Sicherheitsverstoß liegt vor. Vermeiden Sie Kontakt mit unbefugten Personen. Das geht nicht ab. Bewache diese Tür. Lass niemanden durch. Du kommst mit mir. Da ist er. So. Du bist also endlich gekommen. Doktor, wir wollen die G-Virus-Probe holen. Tut mir leid. Ich gebe mein Lebenswerk nicht einfach auf. Ja, was soll ich machen? Der Gäste ist nicht abgeknallt, aber. Au! Wir machen sie fertig. Schlürfig! Entdeckung! Scheiße! Scheiße! Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Herrgott, nochmal. Splittergranate. Hier, fang. Före! Outdoor! Outdoor! Oh! Get that guy. Oh! Get that guy. Ah, gut, das ist eine geile Wache. Was war das denn? Goblin 6, Statusreport. Die oberen Ebenen sind sicher. Alle oberen Flugwege sind gesetzt. Sie warten auf Sie fest. Verstanden. Alpha Team, habt ihr die Pumpe gesichert? Positiv. Sind jetzt auf dem Weg zum Treffbund. Ach, Mann. Ach, Bracke! Ach, Scheiß! Ich komme��. Ich gehe mal. Es macht ihr den scheißen. Und wer ist? Ich bin Anna. Das ist das hoch. Ich bin Anna. Ich bin Anna. Die Schüsse. Wolfpack, Bewegung. Ich brauche Deckung. Boah, jetzt habe ich eine Granate verschwendet. Okay, mach das so. Wir müssen weg hier. Na los doch. Denk an unser Ziel. Auf jeden Fall, ich werde jetzt nicht alleine hierbleiben mit denen. Der wird dir jetzt in den Arsch gefickt, oder was? Kann ich durch? Gar kein Problem. Und... Was ist denn da? Was? Oh, die Gile... Oh, wow! Oh mein Gott! Hi! Ich habe das nicht mehr Ich habe das nicht mehr Ah, diese Spiele, die kenne ich doch irgendwoher Ich muss nachladen, warte mal kurz Ich bin zu Hause, ich bin zu Hause Ich bin zu Hause Ohhhhhhh Da ist es, da ist es Alter AHHHHH Was ist das denn für ne Scheiße Ey Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz Ey Ey, das ist doch kacke so was Meine Fresse, ey Meine Fresse, ey Ah, jetzt kann ich erst sprinten, ne? Hör mal Leck mich doch an Eier, hör mal Einmal grüne Kraut bitte Zum hier essen Meine Fresse, ey Ich würde gern durch Ah ok, die Tür ist auf, cool Hör mal Wird jetzt vielleicht eine Warmgang schlauer Wörter Was ist das denn? Ach was Ne, du... Ne, du... Keuer Schieße Hey, das war alles ich, ne? Nochmal Nochmal Sekunde mal Gut, hier hinten oder so War doch gerade eben So So Erstmal Munition Wir waren Wir waren hier nicht irgendwo Eine Granate zum mitnehmen Ah, okay Ah, okay Ne, wollen wir nicht Was ist das hier? Ne, ich bleib bei deinem Stummgewehr Ne, Stummgewehr Und Einfach mal hier durch Und manchmal verliere ich dann einfach so die Übersicht, wisst ihr? Nein, die Fresse Da, da ist es Ich würde gerne ein wenig Leben haben, wisst ihr? Ach du Kacke, 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 ach du Kacke Danke Ich bin nicht der Weg, das habe ich erwischt Hey, cool So, was lernen wir daraus? Niemals als erster laufen Ja, okay, auf geht's Ähm, Ladies first Ja, meine Fresse dann nicht Okay, okay, okay Okay, okay, Ladies first Ladies first Ladies first Wuuuuh Das kommt nicht wahr Aus Fein, Platz So Ähm Wuuuuh 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 Y.. H strapp Uuuuh Johnson Wuuuh печern Das war's. Ich komme gleich dahin, nur um das war's. Ich komme gleich dahin, nur um das war's. Ich komme gleich dahin.